Heute sind wir zu Besuch beim German Giant. Hi Matthias. Hi Gaga. Willkommen im schönen Saarland. 40 Kilo Feinkornstahl. Merkt man. Da legen wir unser Fleisch jetzt drauf. Unsere kleinen Stücke. Ja Matthias, du hast mir aber nicht zu viel versprochen. Eine Feuerplatte ist eine echte Steakmaschine und ich glaube am Ergebnis sieht man es. Zum Wohl. Erzähl mal, was du gut kannst, Gabriel. Ja, mit erschwerten Bedingungen hier in der Wiese. Schauen wir mal. Dreimal Bullseye. Fast. Vielen Dank für die Einweisung in die Feuerplatte und vielen Dank für alles. Ich glaube ich werde viel Spaß damit haben. Ciao Baum. Und wir suchen uns letztes Mal im Schwabeland bei uns in der Räugstadt. Gerne. Mach's gut. Ciao.